Wir machen schon seit etwa drei Jahren Anlässe unter dem Namen Integration erleben. Meistens waren das einfach Abendessen, wo wir zusammen gegessen haben, mit Menschen mit Migrationshintergrund und Schweizern. Und der Kulturbazar ist jetzt eigentlich der Versuch, dieses Format von Integration erleben ein bisschen weiterzuentwickeln. Der Kulturbazar findet am 2. März hier in der Heitere Fahne statt. Wir möchten eigentlich Zeit verbringen mit Menschen, ganz unterschiedlichen Menschen. Wir möchten eben Schweizerinnen und Schweizer mit Menschen mit Migrationshintergrund zusammenbringen und eben nicht nur zwei Stunden zusammen essen und dann gehen alle wieder, sondern wir möchten mal Zeit haben, einen ganzen Tag zusammen zu verbringen. Wir werden verschiedene Workshops anbieten, Theater, Schreiben, Musik, Nähen. Wir können zusammen kochen. Es wird ein Konzert geben. Und die Idee ist wirklich, dass man halt mal ein bisschen länger Zeit hat, um sich kennenzulernen, damit vielleicht sich aus dem auch Freundschaften ergeben oder zumindest Beziehungen, um vielleicht auch ein weiterer Anlass zusammen dann zu gestalten. Wir öffnen am Morgen um 10 Uhr und am Abend geht es etwa bis 8, 9. Es wird eben diese Workshops geben und auch essen und trinken. Und es kostet alles keinen Eintritt. Es ist einfach freier Eintritt für alle, sind alle eingeladen. Ich wünsche euch alle, um auf Saturday, 2. März, zu Heitere Fahne. Wir organisieren uns den ersten Kultur-Bazaren. Es ist ein Event, wo wir verschiedene Workshops geben, wie zum Beispiel Theater, oder wir wollen zusammen schreiben, Geschichten, wir wollen zusammen cooken. Was wir wünschen, ist, ist, dass wir Swiss-Bazaren und Menschen mit Migranten-Baggrounden zusammenbringen können. Und wir haben ein guter Zeit zusammengekommen. Und ihr seid alle willkommen willkommen. Der Event ist für free. Ihr könnt hier essen und trinken. Und es gibt diese Workshops und ein Konzert, ein Surprise-Konzert. Wir freuen uns auf dich zu treffen und sagen, alle Freunde zu kommen. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020